Wenn die Idee kommen, entscheidend ist, wer bestimmt, was gesellschaftliche Praxis wird. Wer bestimmt das? Und das wird zeigt, dass das mehr Leute sind als irgendwelche, die vielleicht sogar selbst... Hallo! 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 Das war passiert, er war einfach einer, der dann einfach... Er hatte die mit seiner Brücke das Plakat zum bisschen nach oben geschoben, woraufhin der dann auf den Losgedanken war. Einer von der Gruppe. Mehr war nicht. Ich habe es gesehen. Meine Frage. Ist von euch jemand willens, hier etwas zu sagen? Soll sich bei mir melden? Hier hat sich jemand gemeldet? Ich lasse euch jetzt abstimmen, ich lasse euch, ich lasse euch jetzt abstimmen. Wollt ihr, dass jemand aus dieser Gruppe das Mikrofon bekommt? Nein! So, ihr habt es gehört? Ja, ihr habt es gehört, die Menge der Menschen will euch nicht hören, also bitte lasst mich jetzt weiterreden. Hier ist ein Herr, der möchte was sagen, eine Dame und hier noch jemand. Okay, ich kenne sie alle nicht, das heißt wir machen jetzt einen Blindflug. Ich übergebe das Mikrofon und wir hören, was sie zu sagen haben. Ist das okay für euch? Ja, aber nicht. Danke, danke, danke.